Komm, wir werden verfolgt von Zombies mit Pfannen. Sollen wir die töten? Wir sind noch auf offenen Fälle. Am Ende werden das mehr, sonst werden wir von mehr umzingelt. Eigentlich sollten wir die töten, bevor das mehr werden. Komm, die zutten Hilfesignale. Na dann, okay, ich komme mal zu dir. Hab einen gehittet. Hä, hast du eine andere Pistole? Das hört sich eher an, als ob du so eine Laserwaffe schießt. Ich hab die P92. Voll der Star-Wars-Sound, Alter. Ja, die sind hinter den Bäumen. Da können wir nicht viel machen. Ich hab den Nate. Warte. Ja, wir gehen uns einsmogen hier. Vengard, komm zurück jetzt. Ja, wir müssen die töten, bevor das mehr werden, Mann. Guck mal, wir haben jetzt gleich acht hinter uns. Dann baller. Verballern wir tot. Wir müssen die töten. Ich glaub, das ist ne... Ich dachte, das wäre ne Flash. Ich hab jemanden ausgenockt. Was finde... Ich hab auch einen ausgenockt. Was finde... Was hast du denn? Ist nicht die P92? 1911. 1911. Okay. Oh, da kommen mehr. Von hinten kommen noch mehr. Wir sind noch mehr an den Bäumen auch, Vengard. Ich hab Angst, Boot. Hast du den einen gekillt? Ne, oder? Ne, einen nur. Einen hast du nur gekillt. Aber du... Die hauen ab, glaub ich. Die haben Angst. Die sind viel zu weit weg. Die fliegen so langsam, die Kugeln. Ja. Die sind viel zu weit weg. Obwohl die gar nicht weit weg sind. Da ist ein Drop. Da ist doch ein Drop. Drop, drop, drop. Ich dachte, Drops sind deaktiviert. Oh, oh. Ist egal. Ne, letzte Runde. Wir brauchen ne. Wir müssen die hinter uns töten. Ohne Scheiß. Wenn die uns... Lass sie in das Haus reingehen. Meistens. Ja, genau. Wo wir letztes Mal gestorben sind. Und jetzt ist noch noch die Bombs ohne hier. Ja, lass schnell rausgehen. Ich hab Angst, Boot. Die sind gleich schon bei mir. Wieso bist du da allein jetzt gerade, Vengard? Ich dachte, du kommst zur Halle mit. Um Munition zu looten. Aber ich hab keine gefunden. Ich hab aber nochmal nen Nate gefunden. Oh shit, bei mir ist einer. Töten, töten, töten. Ich bin schon bei dir. Okay. Die sind, glaub ich, mehr als nur einer. Hinter dir, hinter dir. Der hat wie ein Molotov. Gleich töten den Typen. Der eine Hitter hat er bekommen. Ey, das ist so hart mit der Pistole. Das schaffen wir nie im Leben. Das schaffen wir nie im Leben, Mann. Vertrauen, Vengard. Wir sind tote Menschen, Mann. Wir sind tote Männer. Hier ist einer im Rauch. Halt kurz. Der kann sich jetzt die ganze Zeit älter verkriechen hier. Warte, warte, warte. Nicht rangehen. Nicht rangehen. Oh. Ich werde verfolgen. Ich werde verfolgen. Boah, der eine Hitter. Alter, wie wir das nicht schaffen. Wie wir das einfach nicht schaffen, Mann. Du musst halt wirklich warten, dass die näher dran sind, Vengard. Eine ausgenockt. Töten, 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 töten. Töten, töten. Okay. Wir müssen töten, was wir können. Warte einfach, bis die näher dran sind. Dann kannst du besser zielen. Klar, das ist riskanter, aber... Oh, da kommt ein Flash. Wir brauchen wirklich Muni. Oh, da ist ein Drop. Scheiße. Ja, ich sehe den. Ja, das ist zu weit weg. Hier vorne war der doch aber auch einer, Mann. Ne, wir laufen zu weit weg von der Zone. Komm, fünf Sekunden. Wir müssen rein. Lümmel, Mollos sind nicht erlaubt. Die Zone ist quasi sowas wie von der Umbrella Corporation, die jetzt versuchen, die Insel zu zerstören. Und wir müssen versuchen, das aufzuhalten, aber wir wissen, dass wir das nicht schaffen und irgendwann sterben. Voll hart. Ja, wir schaffen das schon. Wo traue ich diese Geschichte hier? Macht ihr danach noch eine? Ja, vielleicht. Und der Spoon hat einfach die ganze Zeit die Hoffnung und Vengard ist immer so, ich muss sterben, ich muss sterben. Ich bin der Realist, weil ich war selbst mal bei der Umbrella Corporation. Ich weiß, wie das läuft. Ja, aber ich bin dafür voller Hoffnung. Dafür bin ich voller Hoffnung. Zieh dich mit. Hoffnung stirbt zu Lens, Vengard. Du kennst diese Menschen nicht, Spoon. Du kennst diese Menschen nicht, was sie tun, was sie getan haben. Sollen wir mal ein paar Leute hier in den Häusern killen, bevor dort mehr werden? Ja. Hier sind wir uns gelootet. Ja, lass mal machen. Aber die flashen dann, ne? Ja, einfach nur nicht mich töten, bitte. Ja. Sobald ich geflasht bin, renne ich dann weg. Dann renne ich, Vengard. Okay. Mach die Tür hier zu. Ja, mach ich. Hab ich. Die haben hier viel zu viel Deckung. Oh, er ist ausgenockt. Hier kann man notfalls auf dieses Ding hin. Vengard, die werden flashen. Ich werde die, ich werde die Gegner mal flashen. Flash es raus. Man weiß halt nicht genau, wenn man aus der Hüfte schießt, wo die Schüsse überhaupt hingehen. Ausgenockt. Töten, 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 töten. Okay, wir haben einen Kill. Lass weiterlaufen, Vengard. Ja, einen Kill und jetzt müssen wir schon weiter. Die Zone, die Zone, die Zone, Vengard. Die Zone. Eine Minute noch. Ja, die Zonengeschwindigkeit ist relativ schnell. Ja, ist egal, es wird nur eine Minute. Oh Gott. Ein Kill hat sich gar nicht gelobt. Doch, wir sind jetzt schon bei 27. Nur noch. Das schaffen wir. Also ich habe 200 Schuss. Wie viel hast du? Insgesamt noch 220. Okay, das reicht. Schaffen wir. Aber das ist ein Haushalt der Spielzone. Schon ausgenockt. Ja. Das ist gleich mit dem. Vengard ist voll in seiner Rolle. Ja, gleich sind wir in der allerletzten Zone echt noch 20 Zombies und wir sind voller Marsch. Vor allen Dingen, die können halt auch super schnell rennen. Das sind dann die Supermutanten, die sich geboostet haben. Wenn du merkst, die müssen schneller rennen, musst du rufen. Abnormaler. Okay, Spoon? Dann müssen wir zuerst auf die Abnormalen. Abnormer. Links ist ein Abnormer. Der rennt relativ schnell. Abnormer links. Zwei Abnorme links. Reisegarten. Wieder eine Manöverausrüstung, Spoon. Hier so. Weiter. Oh, wir haben hier richtig gutes, offenes Feld. Richtig gutes, offenes Feld. Wir sind am Arsch. Lass hinter dem Stein die ganze Zeit tanzen. Wie drei Kills, so nach Schuss verbraucht der. Oh, wir sind so tot. Sollen wir in die Halle gehen? Da gibt es oben so ein Gerüst. Da müssen die da erstmal hoch. Wenn die uns flashen, dann können wir aus der Halle nicht mehr wirklich raus. Ja, dann dreh dich um. Ich habe ein Dingens hier vor meinem Auge. Die können mich nicht flashen. Da ist ein Drop. Da ist ein Drop da oben, Spoon. Wo? Da, ich sehe ihn, ja. Ich glaube, das ist jetzt aber außerhalb. Ja. Fuck. Okay, dann können wir das vergessen. Wir können uns ja nicht heilen. Oh, ist das ein Tees. Oh Gott. Hier ist nur offen. Die können sich gleich wieder einfach in die Felder legen. Und dann sehen wir die schon. Werden auch mal Leute endlich an der Zone? Nee, ne? Komm, warte. Ich mache mal einen Schuss. Die macht denen mal Angst. Oh, scheiße, sind hier viele. Aber ich hoffe, dass die Zombies uns machen. Eigentlich, wenn gerade, eigentlich müssten wir mit Steuerung U spielen, oder? Drück mal Steuerung U. Aber Steuerung U. Ja. Aber dann haben wir, okay, dann wissen wir auch nicht genau, wo die Zone ist, ne? Und ziehen wird auch schwer, merke ich gerade. Komm, wir müssen die von oben vom Berg erstmal holen, oder? Dann sehen wir nicht, wenn die reinkommen. Okay, ich komme. Hab einen ausgenockt. Töten, töten, töten. Ich war ja ausgenockt. Sehr gut, Vengard. So langsam wird's. Ich habe auch einen ausgenockt. Tot, tot, tot. Schön. Ich muss den hier töten. Ja, mach, mach, mach. Die Menschen werden gewinnen. Er wackelt mit dem Kopf. Okay, er ist so gestorben. Gabe, ich hab dich, Gabe. Wir schaffen das, Vengard. Ich habe da einen dreimal getroffen, bevor er sich erstmal wegversteckt hat. Lass die versuchen. Für die Menschen. Lass die näher rankommen. Guck mal, die stehen. Warum steht denn der da? Komm mal. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Murat! Er hat uns nicht gesehen. Nicht auf die schießen, die weiter weg sind. Wieder einen ausgenockt. Sehr gut. Nicht zu viel Muni verschwenden dann. Ich versuche, auf den Kopf zu schießen. Ja, okay. Vielleicht haben die Muni mit. Lass mal kurz gucken. Haben die aber auch nicht. Ja, kommt einer. Ah! Stun Grenades, die hätten wir nehmen können. Die haben ein paar Stun Grenades mit. Vorsicht, hier sind auch Bäume. Lass uns mal auf das Feld hier gehen. An den Steinen. Siehst du den? Ja. Warte, ich werde mal kurz eine Flash. Flasht raus. Das verschafft uns ein paar Sekunden. Töten, töten, töten. Und hier sind nur zwei. Hier vorne sind nur zwei. Jetzt kommen die anderen leider auch. Hinter uns scheint irgendwie keiner zu sein. Oh oh. Ich habe keine Nades mehr. Ich will auch nicht zu viel Muni verschießen. Ja. Zone ist ran. Ich habe jetzt ungefähr nur noch die Hälfte meiner Muni vom Anfang, Mann. Die haben ganz schön früh ihre Smokes gezündet. Oh, die rennen zum Haus. Die dürfen nur Nahkampf benutzen. Also auch Nahkampfwaffen. Alles, was mit Nahkampf zu tun hat. Das ist ja auch mal witzig, oder? Das Haus da am Ende. Das ist jetzt die letzte Zone. Mhm. Boah, ist das Kacke mit der Pistole zu aimen manchmal. Da kommt ein Drop runter, aber gut. Was sie mal nicht nehmen. Wo, wo, wo? Außerhalb der Zone, glaube ich. Nee, das ist in der Zone. Hier ist ein Einzelner. Zwei, nee, drei Einzelner. Komm, wir gehen zur Zone. Wir gehen da hin. Ah, nee, wir dürfen doch eh noch Pistolen nutzen. Ja, eben. Deswegen. Hier, bei mir. Komm, zu mir, zu mir. Ja, ja. Töten. Ausgenockt. Okay, ich kümmere mich gleich drum. Nicht so viel Money verballern, Wenger. Warte, lass uns mit der Zeit stemmen lassen. Okay. Wir brauchen vielleicht jeden einzelnen Schuss. Lass sie einfach verrecken. Oh, Flashes, Vorsicht. Lass sie über links rumlaufen. Oh, ich hab dem fast einen Headshot gegeben. Der hat zwei Hits, der hat nicht mehr viel. Das sind zwei hier vorne. Hier vorne, warte, hier vorne am Baum sind zwei. Einer von denen hat aber zwei Hits. Das ist hier schon. Links, rechts. Ausgenockt. Tot. Oh, scheiße. Ich hab einen ausgenockt, hier vorne. Schön, schön. Oh, sind hier zwei? Ja, Vorsicht, zwei Leute. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Er ist hinter dir. Ja. Kannst du ihn treffen? Denk an die Zone. Denk an die Zone. Ja. Rennen, rennen, rennen. Okay, hab ich mit einem Kopfschuss verpasst. Hier links ist einer, Vorsicht, Flashes, glaub ich. Was? Achso, der redet. So, wir haben die Fläche hier. Und wir haben Nades. Oh, guck mal, wie viele da noch warten. Ja, ich weiß, es sind am Leben. Jeder will einer dem anderen helfen. Wo? Hinten, Richtung, äh, Osten, Osten. Hab den nochmal gehittet? Vielleicht erwischte den ja. Wir müssen den auf jeden Fall holen hier. Den gut hat es... Okay, ich hab Blizz gekillt. Oder Biss. Er ist ausgenockt, okay. Gut, gut, gut. Ey, jetzt haupt mich, die sagen nicht, nein, die sagen... Okay. So, die dürfen uns nicht sehen. Ist das der Flash? Weiß ich nicht. Wir haben ja noch ganz schön viele Smokes hier. Scheiße, die kommen jetzt gleich durch den Rauch. Das ist voll das Horror-Szenario. Wie ist durch so ein Nebel. Nimm mir schon mal eine Nate in der Hand. Ich habe keine. Achso, du hast ja keine? Ja, ich habe keine. Ich koche schon mal. Das sind ganz schön viele noch. 16 Stück. Warte, der Nate ist draußen. Nichts passiert. Ich werfe noch mal eine Flashbank rein. Pass auf. Oh, das war eine Flash. Das springt jetzt auch raus. Das sind die Zombies. Oh, die Flash ist direkt vor mir. Oh, nein, ich bin blind. Ich bin Blind Spoon. Au, ich kann nichts machen. Nein. Nein, ich bin... Oh, ich werde zerflaschen. Sein, Bot. Das geht ja gar nicht. Was mache ich jetzt? Ihr Zomi ist abgeronnen. Oh, shit. Das war's für heute.